so und dann guck mal her wer ist hier im spiel? Akko natürlich das bild auf meinem youtube kanal ist nicht bearbeitet so diese zwei kanäle könnt ihr abonnieren einmal akko the persian killer für kraft sport videos muskelaufbau und alles was in diese richtung geht und darunter akko power let's play wisst ihr ja für panzer let's play und so weiter und unten seht ihr mein facebook akko akko armani alles klar viel spaß beim video ja leute schaut euch mal das matchmaking an wir sind hier auf himmelsdorf der gegner hat ein type 5 ein t10 ein defender und gut wir haben auch ein type 4 aber nichtsdestotrotz der type 5 mit seiner he kanone und mit seinen hp pool mit seiner panzerung der würde uns hier schlachten ja ich kassiere hier zwei unnötige treffer nichtsdestotrotz mache ich hier viele gegner auf so dass unser team ungefähr weiß wer wo sich verteilt und wie ihr seht links ist der gegner sehr weich aufgestellt nur ein wt auf pz ein amx cdc ja und in diesem gefecht geht es einfach darum sich nicht dem gegner sinnlos in den in die schussbahn zu werfen ja der e5 konnte natürlich den cdc rausnehmen und ja der punkt ist in der schlachtergasse werden wir auch absolut unterlegen gewesen weil wie gesagt so ein type 5 der hat fast 3000 hp und dann noch eine he gun mit der er durch die panzerung durch schießt mehr oder weniger also er macht immer der match sobald er schießt und es bringt nichts wenn wir unseren top tier e5 ihr werdet auch später bei den stats sehen dass der e5 kein dummer ist also der weiß genau was er tut er weiß genau wenn er sich da in die schlachtergasse schmeißt dass er keine chance hat gegen den type 5 ich genauso wenig dementsprechend ich stand erst hier dass ich da den type 5 flankieren kann falls er kommt aber der type 5 hat gesehen dass wir am flankieren sind dementsprechend weiß er genau wenn er durch die schlachtergasse pusht dass er dann entweder von mir flankiert wird oder von hinten kassiert weil wir da wahrscheinlich durch sein werden und der gegner hat schon zwei panzer verloren auch wenn es nur zwei weiche sind aber immerhin so am hill haben wir jetzt sind jetzt ist natürlich wichtig dass da genug panzer oben sind weil es nützt nix wenn die gegner da oben runter rasen und dann der schlachtergasse hinten in den rücken fallen so gesehen haben wir da oben ein paar panzer die sich dagegen schmeißen und ich sehe okay da rechts ist wirklich not am mann und wir müssen was tun so der e5 nimmt hier den ein raus und jetzt muss ich mal hier mein panzer endlich mal vernünftig einsetzen weil es kann sein dass wir den hilf verlieren geht hier auf pz will abhauen die fünf fährt mir vor die kanone aber nichtsdestotrotz kann ich alle vier schuss hier anbringen 1300 schuss 1300 hp dem bt auf pz hier abgezogen ja ich weiß nicht warum der e5 hier nicht da irgendwie noch was rausgenommen hat weil mit seiner frontpanzerwetter hier ruhig noch ein zwei schuss landen können nichtsdestotrotz ich sehe dann ich gucke noch mal nachdem ich nachgeladen habe da steht ein t10 der so side scraper am side scraper ist den kann ich da eh nicht penetrieren von daher ich habe 1650 schaden bis jetzt das ist nicht viel dementsprechend muss ich gucken dass ich jetzt meine kanone einsätze type 5 dreht mir seine seite zu ich kann dem zwei schuss in die seite in den turm setzen lade auch als nächstes gold nach um den type 5 mal empfindlich zu beschädigen bin jetzt bei 2370 schaden type 5 ist schon empfindlich getroffen unser e5 macht hier sein ding kann hier den t10 rausnehmen gucke aber nicht weiter vor weil bt auf pz könnte mich da oben weg snacken ja und sinn der ganzen geschichte ist sich dem schwersten besten panzer nicht entgegen zu schmeißen sondern erst mal die ganzen weichen weichen panzer beseitigen und dann ganz am ende mit übermacht dann sich dem größten dicksten gegner sozusagen entgegen zu setzen weil mit übermacht an panzer kannst du so ein panzer besser besiegen als wenn du direkt von anfang an frontal auf den drauf fährst und so gesehen den kürzeren ziehst alles klar wir sehen uns bei den stats und so gesehen den kürzeren zieht alles klar wir sehen uns bei der kürzeren zieht alles klar wir sehen uns bei den Eisbären der inhale er 행복 sie dass san Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.